So, ich bin wieder da, ich muss jetzt wieder einloggen, wir machen jetzt weiter mit unserem Zombie-Metzel-Dingsbums, so, join, dededin, ich muss nämlich kurz raus, denn da wurde mal die Maus bei mir angezeigt, das war behindert, das ging auf den Sack, das heißt, ja, was los? Tausend Zombies auf einer Stelle, na, klingt doch geil, ja, endlich, ich komme nochmal ein bisschen gerannt, hey, 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 Superman ist auf dem Weg Krallaus Oh mein Gott Einfach draufschlagen, jee Ich bin down Das sieht so geil aus Boah, bei mir hackt der aber so O Ja Boah Die Lilien. Warum sieht dein Charakter irgendwie komisch aus? Wow. Ich wette nicht mal, die Hälfte von denen ist down. Hey, warum werde ich down weggemetzelt? Das sieht halt jetzt auch raus, die lange Wartezeit. Wie viele ganze Zombies, die da auf sich zugehen, ey. Ich weiß. Bei mir hackt der Soß, nervt. Ja. Direkt aufgestanden, schon hat er einen Headshot bekommen, ey. Ich habe dir gesagt, nur die Hälfte von den Staunen. Wow. Schon wieder ein paar Gammler hinterm Haus, ey. Junkies, wo seid ihr? Ich werde dir am hinterm Zaun so eine Shisha so. Du sollst jetzt aber nicht high werden, ey. Die sind beide nicht down. Ja, down. Der Junkie ist wieder da. Genau. Also Zombies und wir beiden müssen natürlich gegen die durchmetzeln. Warum können wir nicht auch Zombies sein? Hä? Der Junkie lebt noch. Der Junkie ist hartnäckig. Da. Ja. Jetzt hat der Junkie keinen Kopf mehr, ey. Da. Schon wieder hat der Maus die Gammler, ey. Hier, der Sumo-Rinner. Was? Nein. Da ist der Maus die Gammler-Stone. Oh. Ich stehe es mal wieder auf. Ich will dich wegmetzeln. Nein. Die Junkie-Oma ist noch da. Wah. Junkie-Oma hat keinen Kopf mehr. Und die Bütche kriegt jetzt auch einen Headshot. Ja. Wow. Junkie-Oma hat keinen Kopf mehr. Ich will dich wegmetzeln. Tch. Ja. Verpiktelte Zombies wegmetzeln. Was los? Ja. 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 Gleich. Ich sehe die Zeit ja selber hier. Boah. Aus. Ich sehe hier auf der Karte noch ein paar Zombies hinterm Haus. Ja. Ja ne. Hinterm anderen Haus. Okay. Ich komme gleich wieder zu dir. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Wurte. Silber Dummy. Hier sind. Warte. Eins. Zwei. Drei. Irgendwie mehr als acht Zombies hinterm Haus. Ja. 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 Da kommt zu mir. Ja. 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 Ich wurde zugeschüchert. Ey. Klar. Tja. Ja. Klar. Wenn du in der Schule bist. Der Lehrer fragt. Leon. Bist du etwa high oder bekifft? Nein. Ich wurde zugeschüchert. Ja. Ja. Die fetten setzen sich erstmal hin. Oh, ich sehe hier, dass ich kurz die Aufnahme stoppen muss